Offiziell, Liebes-Aus bei Jessica Pastzka und David Friedrich Also doch! In den letzten Wochen wurden immer wieder Gerüchte um eine Trennung von Jessica Pastzka, 27, und David Friedrich, 27, laut. Jetzt wird klar, das vermeintliche Bachelorette Traumpaar geht tatsächlich getrennte Wege. David selbst bestätigt das Liebes-Aus. In einer Instagram-Story wendet sich der Eskimo-Kalbui-Drummer jetzt direkt an seine Follower, Jesse und ich gehen getrennte Wege. Oft laufen Dinge leider nicht so, wie man sie sich gewünscht hätte. Trotz allem habe der sanfte Rocker den Glauben an die wahre Lieben nicht verloren, das Leben ist voller Höhen und Tiefen, von denen man sich nicht zu sehr beeinflussen lassen darf, um sich selbst treu zu bleiben. Ob die Beziehung der beiden Medienlieblinge an dem hohen Druck durch die Öffentlichkeit und die räumliche Entfernung zueinander zerbrach? Mit seiner Band wurde zuletzt mehrere Wochen quer durch Japan. Im Interview mit Promiflas gab auf dem Oktoberfest vor kurzem noch zu, man versucht irgendwie dagegen anzukämpfen, aber es halt einfach nicht leicht. Das ist belastend. Was meint ihr, raufen sich die beiden vielleicht doch noch einmal zusammen? Stimmt ab.